Ja hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Star Wars Jedi Power Battles Und genau, wir hatten ja beim letzten Mal hier, noch im alten Jahr quasi, hatten wir die Königin aus dem Palast befreit Und jetzt sind wir auf Tatooine gelandet und müssen Anakin beschützen, Anakin Skywalker da, der Kleine Ja einfach hier beschützen, ach oh mein Gott, was haben wir hier, was ist hier, einfach nur Bonus oder was Bestimmt ist hier noch ein Item, so der Anakin der rennt uns hier nach Und so dann, ich habe auch einen Tipp von euch gekriegt, dass ich mir die, so dann, oh Anakin hat Schaden genommen Upsi, sorry Anakin, so dann, wir haben es hier mit den Beduinen zu tun tatsächlich Die können nicht verteidigen, habe ich das Gefühl Okay Leute, ich habe von euch einen Tipp bekommen, dass ich doch deren Schüsse mal öfter abwehren sollte Weil das im Laufe der Zeit wirklich, oha, oha, anstrengend wird hier So, ja dann, aha, aha, so, dann hier Ach man Leute, so und zack Genau Und, äh, ja, genau, dann Die kann ich nicht zurückschießen, was? Die kann ich nicht abblocken? Nö, ja dann, okay, dann Dann kann ich die leider nicht abblocken, Leute So So, zack So, Anakin, du bleibst mal schön hier Und ja, liebe Leute, erste Folge Star Wars City Power Battle ist im neuen Jahr Äh, ja, willkommen im Jahr 2021 Und, äh, ja Wo ist Anakin? Wo ist Anakin? Anakin, wo bist du, Mann? Das ist schon vorgelaufen Bist du schon vorgelaufen? Wo ist Anakin? So, die kann ich, die kann ich verteidigen Ja, so Wo ist Anakin? Oha, oha, was, was, was? Lauf mal raus hier Was zur So, okay Die sind ja schnell kaputt Ja, dann, äh Ja, komm, ihr nervt Die sind ja schnell kaputt So Dann hier Ne, dann hier So Ähm, gut, dann Wo ist Anakin? Anakin, Leute Wollte mich verkack eiern Wo ist Anakin? So, hier gibt's bestimmt irgendwas, oder? Ne, da kommt man gar nicht hin Okay, unsichtbare Wand Na gut Ja, dann Äh, dann hier Machtstoß So Okay Dann hier Und dann hier Wo habe ich den Anakin vergessen, Leute? Das kann nicht sein Anakin, wo bist du? Und, äh, ja Dann freue ich mich, dass ihr hier dabei seid Bei Star Wars, die Power Battles Kommt auch sehr gut bei euch an Das Spiel finde ich super Und, äh Ja Dann würde ich mal sagen Gehen wir mal weiter Ich frage mich nur gerade, wo Anakin ist Wirklich Nicht, dass ich das Level komplett durchmache Und das dann verliere Weil Anakin nicht mehr bei mir ist Ach, da ist er doch Ah, okay, super Äh, gut Das war wieder Lebensabzug Warum auch immer Was zur Äh, was? Okay Ach, die kleinen Bisshalle Na ja, gut Anakin Was machst du denn hier? Verdammt Ich kann ihn noch nicht mal beschützen hier So So Dann Mach den weg So Äh, ja Und? Anakin? Kann ich da irgendwie rein? Ich kann da nicht rein Na ja, gut Ah, die sind schon Das sind jetzt wieder Heftigere hier So Äh Die kann ich leider nicht, äh Gut, dann Mach das so Die kann ich leider nicht, äh Gut, es sind da keine Laserschüsse, ne? Vielleicht liegt das da dran So Ach, du heilige Leute Ich hatte auch noch keinen einzigen Checkpoint hier, ey So Mega Lichtschwert So Sehr schön Brav Oh, heilige Äh So Die bringen aber auch mehr Punkte, ne? So dann So Keine Macht mehr jetzt Ja, die nerven halt wirklich Die treffen einfach so scheiße gut So So Weg mit dem Und dem hier hier noch Ja, die haben einiges Die haben, die haben einiges drauf, muss ich sagen Hier, die Gegner So Damit ist jetzt halt auch schon wieder Mein Leben fast weg, ey So, dann Weg mit dir Ach, du scheiße Ein Abgrund, okay Ein Abgrund, oder was? So, ich hab mal einen Safestate gemacht Oh, kein Abgrund, okay Äh, kein Abgrund Kein Abgrund, okay So, gut Dann Äh, verdammt noch mal So Weg mit dir Alles klar Was haben wir denn hier unten noch? Nur Gegner? Ah, nee Da ist sogar eine Heilung und Macht Okay Ach, du Heilige Ach, scheiße So Äh Das ist unfair jetzt So Und hier So, und hier Äh, gut Dann hier so Und zack Genau, leider Und ja, Leute Tatooine Ich mein Warum denn nicht? Das war ja in dem Film auch so Tatooine der Wüstenplanet Da, wo sie Anakin gefunden haben Tatsächlich, ja Okay Dann hier, komm Und dann hier nochmal Und dann hier nochmal So Zack Sehr schön, Leute Äh So Drei Granaten Habe ich mittlerweile Cool So Und dann hier auch Bam, bam Genau Gut, Leute Dann haben wir den Bereich erledigt Was kommt jetzt? Den mach ich einfach so weg Das sind schon wieder so viele hier Ey So So, dann Dann mach hier Und zack, zack Zack, zack So Wunderbar, Leute Und dann hier Ey Hörst du auf? Das geht ja wohl gar nicht hier So Und dann hier zack Zack, zack Na komm Na komm Na komm So Und dann hier Zack, zack Die wehren nicht so viel ab wie die Droiden Habe ich das Gefühl Die wehren nicht so viel ab wie die Droiden Habe ich das Gefühl Ey Ist richtig gut So Okay Das war wieder halbes Leben Naja Wie ist weg? Der hat eine Granate überlebt Das gibt's ja wohl nicht Und dann hier Zack Junge Nix weg mit dir So Alles klar Was hatten wir denn da oben? Komme ich da oben hin? Da oben muss ich ja irgendwie hin Wartet mal Ja, da komme ich wahrscheinlich gleich noch hin, ne? Oder? Wartet mal Aua Aua Und da oben läuft Anakin Oh, okay Ach du Scheiße Was ist das denn? So viele Abgründe hier Ey So Was ist das denn? So viele Abgründe Oh mein Gott So Ja gut, komm dann Ach du Scheiße Scheiß Abgründe Oh Scheiß Abgründe Ey So Puh Abgründe sind echt widerlich In Spielen, ey Ich sarret euch Wow Alter Schöne Puh Okay Noch mehr Abgründe Wow Ach du Scheiße Hier sind so Drohnen da, ja Drohnen Na toll Ich bin tot Scheiße Verdammt Verdammt, Leute Man schießt Man schießt Na komm So Bam Weg mit dir Oh nein Um Gottes Willen So Dann hier Ah In der Luft abgefangen Die Säcke In der Luft abgefangen Ey Das kann ja wohl nicht wahr sein So Na gut Dann hier Und dann hier Alter Schwede Boah Gott Geh bloß hier weg von diesem Scheiß Abgrund Und um Achtstoß Natürlich nicht, ey Ach Mensch So Dankeschön Scheiß Drohne da hinten So Hallo So Jetzt Jetzt Okay und Bam Geh weg Geh bloß weg hier So Okay Boah Leute Meine Güte Die treffen sogar Boah Dann hier weg Alter Schwede Boah Ey Leute Boah Leute Na es zieht an Die Schwierigkeit zieht an hier Boah Wie soll ich das denn machen So Alter Schwede So Jetzt hört ihr mal auf hier Scheiße Oh Mann Toll Ich war so schön weit Naja gut Ach Leute Scheiß Abgrundpassage hier Ich hasse Abgründe in Spielen Ja Ne Leute Also ne Dann lade ich das jetzt Scheiße Mann So So Und dann hier Und dann hier Ach ja Natürlich So Die Drohne ist weg So Und dann hier Und dann hier Und dann hier Und dann Und dann so Genau Leute So sehr schön Ach du Heilige So Ey Ey Mutterschwede So So Die Drohne ist weg Die Drohne ist weg Sehr schön So Und der ist jetzt gleich auch weg Ja Nächste Drohne Ja komm Ja komm Ja komm So Die Drohne sind weg Die Drohne sind weg Äh Alter Schwede Ey So Die Drohne ist weg Hier unten war doch noch was oder? Was ist denn hier unten? Ah ein Leben Geil Kriegst du das Ding endlich mal kaputt So Sehr schön Das hab ich ja im letzten Mal über sie noch gehabt Ne So dann Ach du Heilige Und hier So Äh Äh Ist doch unfair hier Richtig unfair So viele Gegner auf einmal So 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 Äh So Der kann doch nicht mehr So Sehr schön Leute Und hier Zack Holter Schwede Puh Oh Gott Äh So Die Drohne ist weg Oh Gott sei Dank Gott sei Dank Keine Abgründe So Jetzt aber Ach du Ach du Scheiße Ey Äh Alter Leute So Jetzt Geh mal weg hier So Du auch bitte Blöde Drohne So Alter So Gut Leute Alles klar Scheiß Abgründe Boah Leute So Die ist weg Sehr schön Mach du Heilige Ey Alter Nein Oh Gott sei Dank Zum Glück Ey Wirklich Zum Glück So Okay Checkpoint Checkpoint Leute Ich brauche ein Checkpoint So gut Dann Geht mir bitte hier hin So Genau Dann hier Dann hier Zack 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 Und dann hier nochmal Machtstoß Genau Oh Sehr gut Leute Sehr sehr schön So Powerlichtschwert Zack Sehr schön Ach du Scheiße So Na dann Mach die Drohne so weg Meine Güte Ey So Alles klar Cool Gut Dann Zack Sehr schön Jawoll Kriegen es hin Kriegen wir doch hin Hier so Anakin Wo bist du? Anakin Mein Gott Alter Ist ein Abgrund? Ja Das ist noch ein Abgrund Da ist aber noch eine Drohne Da ist noch eine Drohne Die habe ich eben gesehen Äh So Dann hier so Zack 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 Und hier nochmal So Puh Okay Gut Was haben wir hier jetzt noch? Hier haben wir bestimmt noch irgendwo Genau Ja toll Naja toll Super Oh Was ist jetzt los? Indiana Jones Indiana Jones Oder was hier? Oh Gott Rollende Steine Scheiße Na gut Kommt Dann Ich habe hier gespeichert Zum Glück Oh Mann Gut Leute Indiana Jones Dann muss ich einfach die Steine abwarten Die rollenden Steine Naja Gut Hört das auch mal auf? Das hört nicht auf? Doch Okay Sehr gut Puh Scheiße Ach Mann Leute Was ist das denn für eine Szene hier? Kann ich da überhaupt dann vorbei? Kann ich vielleicht kaputt schlagen oder so? Ne Kann ich nicht Weg hier So Meine Güte Okay Und jetzt? Da kommen noch mehr Ach du Ne Alter Schwede Alter Schwede Was zur Hölle? Verdammt nochmal So Hey was soll ich denn jetzt hier machen? Muss ich jetzt hier einfach warten? Der springt doch irgendwie nicht, ne? So Doch jetzt So Alter Schwede Ey Oh Ja Mann Ja Mann Ich bin oben Ne noch nicht Noch immer nicht Alter Schwede Das hört nicht auf Das hört nicht auf Verdammt Oh Gott Oh Gott Ich speichere hier mal kurz zwischen Oh Ein Leben Geil Okay Ah doch jetzt Jetzt bin ich hier oben Alles klar Leute So Meine Güte So geschafft Aber das sieht da unten echt noch entgegen oder so aus Alter Ihr seid wieder so viele Ihr seid schon wieder so viele hier Ja Und dann hier So Meine Güte So Ihr seid mir zu viele Wirklich Und dann hier Zack So Fast kein Leben mehr Ja So So Alter Schwede Ja Okay Ach dann hier Komm Dann nervt mich nicht So So Okay Gut Äh Gut dann Geht mir nicht auf die Nerven So So Dann zack Zack Und zack Zack Ey So Ah gut Okay Dann muss ich eben einfach mal abhauen Ähm Ja warum eigentlich nicht Manchmal besteht das Heil in der Flucht Genau Leute Cool Cooles Krasses Schwieriges Level auch Ne Schwieriges Level Da hab ich noch was gesehen Hier Haha Machtstoß Sehr schön So So Und Bots Sehr schön So der ist schon mal weg Der ist auch weg So Und der hier ist auch weg Wunderbar Darauf ist eine Energie Und ja Dann Och man Du blöd Mann hier mit deiner pummelischen Stockkanone Oder was das doch sein soll Keine Ahnung Tz Oh Noch mehr Drohnen Okay Die Drohnen die kriege ich aber hin So Die Drohnen sind kein Problem So Wo ist jetzt Anakin Wo ist Anakin Leute Ach Leute Könnt ihr mal aufhören So Warte So Okay Jetzt noch eine Na komm Na komm Ach Ey Ey Du blödes Ding So Alter Schwede So Dann mach ich halt noch mehr kaputt 21.500 Punkte Ich weiß nicht ob das so gut ist Ne Ich weiß es nicht Keine Ahnung So Und zack Und zack Und zack Und zack Und zack Genau Hier fast tot Dann Na die wehren doch alles ab Schau dir das an Die wehren ja alles ab Hier Die wehren alles ab Der Penner hier So Na gut Puh Okay So Ey Du Sack Hier Aua Ruhe auf den billigen Plätzen Zu dir komm ich gleich auch noch da oben Verdammt nochmal So Gut Alles klar Uah Noch eine Drohne Alter Ja toll Scheiße Ich bin draußen wieder Wo bin ich jetzt hier gelandet Oh Wieder ganz am Anfang Nicht ganz am Anfang Aber Ganz schön weit weg Ja gut So Dann So Äh Leute Jetzt gehe ich auf den Sack hier So Alles klar Dann die Heilung Irgendwann bin ich jetzt wieder voll live hier So Äh Ah Das ist eigentlich ganz praktisch Manchmal Ähm Wenn man low live hat Und ein Checkpoint gefunden hat Kann man sich einfach auf Kosten eines Lebens Killen lassen Und dann Moment mal Ich muss erstmal hier konzentrieren Und diese Drohnen hier platz zu machen Komm Die kann man auch bestimmt auch so platt machen oder? Ne Die kann man so nicht platt machen Okay Alles klar Ich verstehe schon Äh Blödes Ding Äh Dann kann man sich einfach platt machen lassen Und dann mit vollem Leben Den nächsten Angriff Äh Die nächste Stage jetzt anzugehen So Ja Jawohl Und Ah zack Wunderbar Leute So Bam 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 So Wär schön Na dann Ach die da unten Die Die Drohne da Na gut Dann Ja Je mehr Punkte desto besser Klinge ich mal So dann hier Zack Und tschüss Lustige Passage Hier erinnert mich ein bisschen an Donkey Kong Und das ganz alte Donkey Kong Naja Egal Ich meine Dass das halt Wegen Wegen Da ist Ansonsten hat dieses Spiel Nichts mit Donkey Kong zu tun Gar nicht Aber das werde ich vielleicht auch Irgendwann nochmal spielen Ey Wenn ich irgendwie Ein Emulator für den Super Nintendo finde Will ich das definitiv auch Irgendwann mal spielen Das ist schon ein geiles Spiel gewesen Ja damals Ja Ach verdammt Oha Ah warte mal Was war denn da links Aha Bonus Sehr schön Ach bam Ey So Sehr schön Na Die andere platt gemacht Sehr schön Dankeschön Haha Blöde Drohne So Noch ein Checkpoint Und da ist ein Boss Ja toll Jetzt erstmal wieder rausfinden Wie man den Boss macht Aber Leute Nicht jetzt Ich hab nämlich gesehen Die Folge ist fast voll Und Ja Leute Da würde ich mal sagen Wenn euch diese Folge gefallen hat Dann lasst mir doch mal gerne mal Like oder Abo da Und lass die Glocke läuten Würde mich sehr freuen Und Ja Wie wir diesen Boss platt machen Sehen wir wohl nächsten Mal Und Dann würde ich sagen Wund ich euch noch einen schönen Abend Oder schönen Tag Ne Tschö tschö Ich muss euch noch mal gerne mal gerne mal gerne mal gerne mal gerne noch